herzlich willkommen zu einem weiteren video in dem video schauen wir uns mal den chart von tesla an und ja bevor ich anfange natürlich noch der risikohinweis dass alles was ich sage keine kaufs- oder verkaufsbefehlung darstellt und auch keine finanzberatung ist sondern lediglich meine eigene meinung ja ich habe es glaube ich echt gefühlt jetzt das zehnte mal versucht das video aufzunehmen ich habe immer immer irgendwie was vergessen aber jetzt läuft hoffentlich und ja bevor ich anfange natürlich noch ein allgemeines ein allgemeines statement zum markt es wird für den einen vielleicht ein bisschen beängstigend was heute wieder am markt passiert ist wir sind im dow jones teilweise also an die über sechs prozent im minus gelandet und das ist schon ein sehr heftiger rücksetzer allerdings muss man auch immer in relation sehen und man muss auch schauen und beziehungsweise anerkennen dass wir auch sehr sehr gut gelaufen sind in den letzten in den letzten wochen und dass da mal ein kleiner rücksetzer und verschnaufspause nenne ich es mal eine gesunde korrektur stattfindet ist natürlich auch klar so nun hat sich tesla allerdings relativ gut gehalten tesla hat sich ja auch eigentlich im prinzip die ganzen letzten wochen gut gehalten nach dem kroner crash und dem t4 beziehungsweise im crash es ist stets bullisch geblieben also wenn man hier klassische chartanalyse chartmarken nimmt es hat tesla im verlauf des märz den 200 tage gleitenden durchschnitt hier getestet die rote linie meine favoriten leiste hier und hat quasi diesen test bullisch bestanden und hat hier sein aufwärtstrend fortgesetzt und wir sind jetzt hier auch dabei oder beziehungsweise wir haben sogar hier an ein neues allzeit hochgesetzt wir sind über also über 3 über 1000 dollar gewesen zumindest für ein paar stunden und an und für sich sieht es nicht so schlecht aus auch hat sich tesla jetzt im heutigen tage wir haben heute nur fünf prozent verloren das ist besser als der markt und das ist eigentlich ein sehr bullisches zeichen für tesla und ja dieser auftrieb ist natürlich auch ein bisschen dem space x geschuldet aber auch ich würde sagen ich den allgemeinen umbruch bei e-mobilität und den konjunkturpaketen die eben auch dann diese saubere fortbewegungstechnologie fördern und was erwartet uns jetzt für den für den kurs bei tesla ist nicht auszuschließen dass der rückseite dass die korrektur am markt noch ein bisschen also morgen noch sich fortsetzt würde mich nicht wundern besonders wenn der markt dann öffnet dass sie die ersten stunden noch im negativen bereich stehen und dann mal schauen ob sie stärke zeigt aber ich glaube dass wir im test also wie jetzt hier diese karte geschlossen hat man kann es quasi als hier mit diesem roten doch nach oben mit diesem roten schlusskörper nach unten hier das sollte so ein bisschen also zeigt mir eigentlich so ein bisschen dass wir hier dann die den 200 tage durchschnitt testen also durchaus noch mal in richtung in die region von 900 dollar gehen was ich nicht hoffe jetzt aus der sicht der bullen ist dass wir jetzt hier ein ein so genanntes doppeltopf also beziehungsweise ein false breakout haben ein false breakout ist eigentlich immer wird als das bezeichnet wenn ein kurs hier kurzzeitig hier drüber drüber guckt und dann aber doch nicht das momentum da ist und dann die bären wir die überhand gewinnen und das ist normalerweise ein sehr sehr schlechtes ein sehr sehr negatives signal was dann durchaus auch noch mal in theorie dann die tiefpunkte noch mal testen kann das glaube ich jetzt persönlich nicht dazu ist testen einfach zu bellig aber ich glaube sehr wohl dass wir jetzt in den in der kurzfristigen zeit in der sehr sehr kurzfristigen zeit hier diesen 20 tage durchschnittesten also durchaus noch mal auf 900 dollar zurückfallen soll es doch ein bisschen stärker zurückgehen dann ist so die region auf jeden fall um 800 25 dollar so kann man das kästchen einzeichnen hier diese region eine eine unterstützungsregion dann eigentlich durften wieder einige käufer lauern und die frage ist natürlich dann ja ob es dann wieder nach oben vorder geht generell wenn man hier zum beispiel den wochenchart anschaut dann ist morgen der der freitag würde ich ein sehr sehr entscheidender tag sollten wir bei 900 dollar schließen ist es würde diese kerze hier hier rot werden das wäre ein sehr bärisches zeichen wenn wir hier diesen langen dort haben und diesen diesen kerzen körper hier das wäre dann ein bärischer ein bärischer shooting shooting star heißt es im kennenzulich ist in der name nicht eingefallen ein shooting star und es denkt drückt normalerweise eine trend umkehr aus und dann könnte es durchaus noch mal ein stückchen tiefer gehen dann nächster aufwandbecken werden also tendenziell dann auch 720 dollar hier diese 20 wochen gleitende durchschnittslinie denn generell würde ich aber sagen dass tesla eine sehr sehr bullische aktie ist dennoch und solange wenn ich unter diese marken so lange spätestens nicht unter unter 550 dollar schließen sogar ist der aufwärts trend nicht gebrochen von dem her haben wir auch eine sehr sehr große range in der wir uns befinden und da damit müssen die muss man als anleger von tesla auch also dessen muss man sich erstens bewusst sein und dem muss man natürlich auch leben können und nicht die nerven verlieren wenn es dann doch mal ein gutes stückchen nach unten geht denn ich sag mal von dem aktuellen level wo wir uns gerade befinden runter bis bis 550 dollar sind 43 prozent minus und wir werden technisch gesehen immer noch im aufwärtstrend das darf man nicht vergessen wie gesagt auch das bärische volumen heute ist nicht so stark geringer als das kaufsvolumen das eigentlich ein bullisches zeichen und beziehungsweise ein gutes zeichen von dem her glaube ich auch dass es für tesla nicht allzu schlecht steht aber jetzt schauen wir erstmal was morgen so den kurs erwartet ich wollte das video auch gar nicht so lange machen an keine keine hinweis natürlich noch am sonntag um 19 uhr findet wie bereits angekündigt der live stream statt wo ihr dann hier auf youtube mir dann in den chat einfach irgendwelche aktien reinschreiben können am besten natürlich keine penny stocks also nur da wo auch eine chartanalyse nicht sinn macht und man nicht dann quasi nur das sieht und dann mal so und dann mal so und dann mal so und hier irgendwie so also schon ich sag mal sinnvolle aktien aber generell bin ich da offen und ich hoffe dass ich dann möglichst viele viele aktien analysieren kann die euch interessieren dazu einfach den kanal abonnieren die glocke einschalten und dann werdet ihr auch pünktlich per notification benachrichtigt wenn es losgeht also ich freue mich wenn ihr dabei seid bis sonntag macht's gut ciao